Den Führer der treue Heinrich. Den Führer. Aber mir ist Himmler ja unheimlich. Mit einem Geheimdienst und der SS-Ordensburg. Er verbreitet germanischen Quatsch. Himmler ist ein Münchner Spießer. Ganz verbohrt. Genau wie Rosenberg, der gerne eine Art Reichsphilosoph sein will. Ja, übrig. Aber viel gefährlicher als rittentropischer Leisetreter. Und möchte gern Adliger. Verwechslung die Politik in so einem Sekthandel, wo es auch ständig darum geht, irgendjemand über das Ohr zu hauen. Eine Größe und wahnsinnige Niete. Der Führer aber schätzt ihn. Ja. Der Führer weiß, was er mir hat. Mir vertraute seine intimsten Planungen an. Ich weiß alles. Du bedrückst mich mit dieser Tschechin. Er ist die ganzen Weiber. Und nun machst du mich vollkommen zum Gespött. Hetzt gegen die Sklaven als Untermenschen und steigst mit dieser tschechischen Uhre ins Bett. Du bedrückst nicht nur mich, sondern das Volk. Was bist du für ein Mensch? Kolambarova und ich, wir lieben uns. Was sagst du dann? Kolambarova und ich, wir lieben uns. Warte, du verdammte Hure. Gott, nein. Okay, let's head back into headquarters. Hm? He must think I'm stupid. Shut up!